So, wir sind mit unseren Freunden jetzt schön essen, stimmt's? Man weiß, Kojak, die Haare fallen bald aus. Und der Salat war geil, oder? Richtig geil, ja. Also wirklich, der Salat war sehr gut. Und bereut ihr es, in die Türkei gekommen zu sein? Wir bereuen nur, dass wir nicht früher gekommen sind. Ja, habt ihr gehört? Ja. Und jetzt essen wir schön und später gehen wir noch ins Wasser, stimmt's? Ja, aber ja. Rucola, Rucola. Magst du Rucola? Essen wir jetzt mal später so ein Brötchen. Wie wir es immer gesagt haben, von der Wohnung direkt ins Meer. Das ist der Hammer. Einfach Hammer. Yes. Also liebe Grüße von uns, passt auf euch auf, lasst euch gut gehen. Ciao. Danke.